470 und es ist damit abstand der schnellste Auto aber es kommt ja nicht nur auf die Schnelligkeit an Gewichte hat auch ein gutes Gewicht muss man sagen ich meine Autos sollten immer relativ schwer sein Antrieb Hektar okay Probefahrt ja im Fallen das war auch schöne Autos aber das ist halt das die einzige Autos die mir